Ja meine Freunde, hier ist nochmal Salk & Zockt mit noch einer Nachricht zur neuen Xbox One. Und zwar haben EA und Microsoft ihre Zusammenarbeit angekündigt. Und sie haben eben bald angekündigt, dass FIFA 14 nur für die Xbox One, sprich die neue Generation der Xbox, rauskommen soll. Was natürlich eine große Meldung ist. Und mich würde es mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr vielleicht eine Xbox und Playstation habt oder euch vielleicht eine neue Xbox zulegen wollt. Und ob ihr FIFA spielt und auf welcher Konsole vielleicht oder sogar auf PC. Und was ihr halt davon haltet. Gut, das war es von mir, jetzt nur diese kleine Meldung. Ich habe ja schon ein Video zum Xbox One Livestream, den findet ihr auch auf meinem Kanal. Das war es erstmal von mir wieder. Tschö.